Also ich weiß nicht, wie es den anderen geht im Ensemble, aber ich bin eigentlich ganz froh, dass Barry jetzt nächste Spielzeit nicht mehr Intendant ist und nicht mehr Chefregisseur. Weil ich sehne mich jetzt auch mal wieder nach Leuten, die keinen Humor haben, zum Beispiel. Oder die einen nicht permanent bejahen oder vertrauen, die auch nicht immer wissen, was sie wollen. So wie es früher auch mal im Theater war, ein bisschen angeschrien werden oder so. Apropos Vertrauen zum Beispiel, gibt es so eine Geschichte, wo ich erfahren habe, dass ich Tabby spiele. Ruft er mich an, auf dem Handy, sagt er, du bist es. Ich sag, was bin ich? Du bist es. Ich sag, was bin ich? Tabby. Ach so. Frage ich, bist du ganz sicher? Ja. Bist du sicher? Ja. Aufgelegt. Kommunikation, immer nur das Nötigste. Da wird nicht lange geredet. Ich möchte auch mal über eine Figur zum Beispiel zwei Wochen reden. Nicht immer alles durch Spiel erfahren und dann niemanden, also zum Beispiel Proben, ja. Probenzeiten. Extrem. Alles so extrem. Eine Frau, die weiß, was sie will. Zweieinhalb Wochen. Freudige, explosionsartige Improvisation. Und dann Orpheus in der Unterwelt. Seit acht Wochen. So genauigkeit, penible Arbeit an Rhythmus und Spiel. Ich möchte mal wieder was lauwarmes. Einfach was Normales. Danke, Barry, für die schönen Jahre. Und danke für alles, was kommen wird. Geschäft mercatierzisch. Steig.